Musik Wir sind Holz- und Fabrikenhafen und wie der Name schon sagt, hier wird noch gearbeitet, hier findet wirklich noch Hafenumschlag statt. Das soll hier das südlichste mit Seeschiffen befahrbare Hafenbecken in Deutschland sein. Und hier findet Umschlag statt, Fischmehl, Getreide, dann ist hier auf der anderen Seite ein mineralölproduzierendes Unternehmen, Kaffeeumschlag natürlich auch. Hier findet noch richtiges Hafenleben statt. Heutzutage leider in Containern, aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. Der Ludwig Roselius war ein Wappennarr. Der hatte sogar einen Buchverlag. Dieser Buchverlag hat nichts anderes als Wappenbücher herausgegeben. Und in den Kaffeehaak-Kaffee-Tüten war oben immer auf dem Kaffee so eine kleine Pappscheibe. Und da waren auch immer Wappen drauf. In jenem Gebäudekomplex, den Ludwig Roselius, der ehemalige Bremer Kaffee-Baron, 1906 von dem Architekten Hugo Wagner errichten ließ, befindet sich die Lloyd Café GmbH. Auch der Marmorsaal. Er ist ein kulturhistorisches Kleinod und hatte 2014 seinen 100. Geburtstag. Dieser Raum ist 1914 eingerichtet worden als Speisesaal für die Direktoren. Hier traf sich Politik und Wirtschaft in Bremen. Das war schon damals ein sehr bedeutender, leider heute viel zu unbeachteter Raum. Ist dieser Raum jemals restauriert worden oder hat er sich in diesem Zustand erhalten? Natürlich ist es restauriert worden. Es ist nicht saniert worden, es ist restauriert worden. Das heißt, die Decken, die sind natürlich nicht aus Marmor, sind neu gestrichen worden. Der Fußboden, der ursprüngliche Fußboden ist leider zerstört gewesen. Ein wunderschöner Parkettboden soll hier drin gelegen haben. Und die Architekten, die das Original nicht mehr vorfanden, haben gesagt, wenn wir diesen wunderschönen Boden nicht haben, dann machen wir das Gegenteil. Das ist hier ein bisschen, wie ich finde, kaputt saniert worden. Hier würde ein Parkettboden sicherlich ganz anders werden. und wie ich Eigenehr für hat da sein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020